Frau Merkel hat ein bleiernes Land geschaffen, ein Land, das sich selbst verlegt, ein Land der Angst. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute wieder im Gespräch mit Max Otte zu seinem Bestseller Weltsystem Crash. Max, schauen wir mal nicht in die Welt, sondern ins eigene Land. Wir haben eine große, die führende Oppositionspartei im Bundestag, die Hetzwerk gegen die AfD, um sie beim Namen zu nennen, die geht ja weiter. Die AfD hatte vor ein paar Tagen ihren Parteitag. Wir haben gelesen in den Medien, dass es einen Rechtsruck gegeben hat. Ich habe den zwar nicht gesehen, aber was hast du denn beobachtet? Du hast ja deine eigenen Kontakte auch zu Politikern in der Partei. Ja, ich habe also tatsächlich bei einigen Leitmedien und Zeitungen gesehen, strammer Rechtsruck oder der AfD, die rücken ja schon so lange rechts, dass sie eigentlich mindestens zweimal im Kreis rumgerückt sein müssen. Links wieder rauskommen müssen. Und das wurde damit begründet, dass Tino Chrupalla, der neue Co-Sprecher, er ist Mitte 40, er ist Malermeister aus dem östlichsten Landkreis Deutschlands, hat den bürgerlichen Beruf gehabt, er hat keinerlei rechte Vergangenheit, er war mal kurz in der Jungen Union CDU, wurde damit begründet, dieser Rechtsruck, dass der neue Parteisprecher sich nicht vom Flügel distanziert. Chrupalla hatten wir übrigens hier im Interview im Kanal vor drei Monaten. Ah ja, ja stimmt, hast du ja interviewt noch vorher vor der Sachsenwahl. Und ich meine, wie absurd können Argumentationen werden, der Flügel ist da, der war auch schon da. Als Sprecher kann ich mich natürlich nicht von einer großen Strömung distanzieren, dann zerreiße ich ja die Partei. So, also es ist eigentlich alles, wie es ist. Die Spaltungen sind ein Stück zurückgefahren worden auf diesem Parteitag. Er ist, glaube ich, aus meiner Sicht sehr professionell abgelaufen. Manchmal sind ja, und das wurde ja auch vorher gesagt, die Parteitage sind unbrechenbar, wenn man daran denkt, dass beim letzten Mal fast die, sagen wir mal, die Gräfin Sein-Wittgenstein, die er diesen Grafentitel ja käuflich oder wie auch immer erworben hat, man weiß es nicht so genau, fast zum Co-Sprecher geworden wäre durch eine beherzte Rede, war diesmal alles nach Plan. Und ich kann nur sagen, die Partei hat sich ein Stück weit professionalisiert, aber natürlich mussten die Leitmedien was Negatives finden und dann wurde von einem Rechtsruck geschrieben, der nicht stattgefunden hat. Krupalla hat ja nach seiner Wahl ein Interview im ZDF, glaube ich, gegeben, für das er ziemlich kritisiert worden ist. Da hat er vielleicht nicht so gut ausgesehen, aber das ist ein Handwerkermeister und ein Unternehmer. Da kommt eigentlich berufliche und Lebenserfahrung in die Parteiführung mit rein. Das ist etwas, was wir im Bundestag generell ziemlich vermissen. Wir haben viele Berufsabbrecher. Ja, ich glaube, es gibt fünf oder sechs Handwerker von 700 und sie sind für Deutschland eigentlich relativ wichtig. Und das ist ja auch das Erfrischende, an dieser Partei, man mag so es stehen, wie man will, dass da eben ganz viele Leute mit einer echten Lebensperspektive reingekommen sind, die auch was mitbringen. Und sie haben sogar ein Parteiprogramm stehen, das Vorratssetzung für ein höheres Mandat in der Partei, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium ist. Es ist die einzige Partei im Bundestag, die das hat. Ich meine, sonst sehen ja auch Claudia Roth und früher Joschka Fischer und viele andere, sehen schlecht aus, wenn die sind irgendwann halt nach Dauerstudium dann vom Kreißsaal zum Hörsaal, zum Plenarsaal ist, glaube ich, diese Karriere von vielen und die gäbe es dann so nicht mehr. Wo führt das weiterhin, was wir da beobachten? Auf die Opposition wird weiter eingedroschen, auf jegliche Kritik im Land auch. Man stigmatisiert Kritiker, man stellt sie in eine rechte Ecke. Ich habe so den Eindruck, wenn man die Nachrichten beobachtet, vor allem auch im alternativen Nachrichtenuniversum, dass dieses Spielchen nicht mehr so aufgeht, wie das am Anfang war. Ja, ganz komisch. Also wir haben natürlich schon noch eine Mehrheit in Deutschland, die den Mainstream-Medien folgt, die diese Propaganda, diese Gehirnwäsche mitmacht. Aber wir haben viele, die aufwachen. Sonst gäbe es ja auch nicht so eine starke Oppositionspartei. Aber zunächst einmal, wir sehen es in Amerika, da stellen die Populisten, wenn man das so sagen darf, stellen den Präsidenten. Da ist auch Angst. Also wenn ich in Amerika reise, die Trump-Unterstützer, die sagen das auch nicht überall laut. Und in Deutschland haben wir mittlerweile, Frau Merkel hat ein bleiernes Land geschaffen, ein Land, das sich selbst verlegt, ein Land der Angst. Die Meinungsumfragen, ich glaube, Allensbach war 70 Prozent der Deutschen, trauen sich nicht mehr. Wir sind in fürchterlichen Zeiten. Und das hat Frau Merkel zu verantworten. Nach 15 Jahren an der Regierung. Fürchterlich. Herzlichen Dank, Max Sotte.